Guten Tag, Servus, Grazie, Moin Moin, Grüß Gott an alle Deutschlerner und Deutschlernerinnen. Zu einem neuen Video von Deutsch Global. Heute geht es um ein Hörverstehen B2 vom Goethe-Institut, das natürlich aber auch für andere B2-Prüfungsträger wie Telk oder ÖSD genutzt werden kann. Jetzt viel Erfolg mit dem Hörverstehen. Hören, Teil 1. Du hörst fünf Gespräche und Äußerungen. Du hörst jeden Text einmal. Zu jedem Text löst du zwei Aufgaben. Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lies jetzt das Beispiel. Dazu hast du 15 Sekunden Zeit. Mein letzter Sommerjob war echt gut. Ich habe sechs Wochen als Briefträgerin in meinem Viertel gearbeitet. Die meiste Zeit allein, mit dem Fahrrad. Die Kollegen sieht man nur morgens. Aber da bin ich noch zu müde zum Quatschen. Draußen unterwegs zu sein, ist eine echte Wohltat nach dem Stress in der Schule. Endlich viel Bewegung und wenig Denken. Außerdem habe ich nette Leute kennengelernt. Einige haben mir sogar ein Trinkgeld gegeben. Das konnte ich bei der schlechten Bezahlung gut gebrauchen. Lies jetzt die Aufgaben 1 und 2. Hey, wie war's am Wochenende auf dem Festival? Schade, dass du nicht mitdürftest. Die Musik war genial. Die Leute nett. Das Wetter perfekt. Mach mich nicht noch neidischer. Naja, dumm gelaufen ist aber, dass ich an einem Abend unser Zelt nicht wiedergefunden habe. Ganz schön peinlich. Aber so habe ich ziemlich viele Leute kennengelernt. Ich musste mich ja durchfragen. Das war eigentlich das Beste an dem Festival. Ey, nächstes Mal kommst du aber mit. Klar. Meine Eltern werden das nächste Mal hoffentlich nicht... Lies jetzt die Aufgaben 3 und 4. Hm, Pommes sind echt gut. Aber leider machen sie auch dick. Also zumindest, wenn man sie zu oft isst. Meine Mutter sagt immer, Kind, du wirst doch krank von dem billigen Fastfood. Probier mal Obst oder rohes Gemüse. Iss mal einen Salat. Okay, auch das schmeckt ja einigermaßen. Aber wenn ich mit meinen Freundinnen nach der Schule durch die Stadt laufe, dann kaufe ich mir manchmal eben doch eine Tüte Pommes. Das muss ab und zu einfach sein. Lies jetzt die Aufgaben 5 und 6. Wir haben gestern einen Klassenausflug gemacht. Ins Museum. Wie langweilig. Bestimmt habt ihr hunderte von alten Bildern ansehen müssen. Nein, so schlimm war es nicht. Wir haben eine Ausstellung über die Römer gesehen. Da haben die im Museum eine römische Wohnung nachgebaut. Und wir konnten sehen, wie es früher ausgesehen hat. Das war super interessant. Echt? Unser Klassenlehrer geht mit uns nie in so interessante Ausstellungen. Schade. Was halt nicht so toll ist. Wir müssen jetzt Referate schreiben über die Römerzeit. Lies jetzt die Aufgaben 7 und 8. Hey Martin, warst du schon in dem neuen Blog von Stefan? Nee, ich habe noch nicht reingeguckt. Was gibt es da? Der hat voll coole Videos von Live-Auftritten seiner Lieblingsbands hochgeladen. Dazu schreibt er dann etwas über diese Konzerte. Ist echt gut gemacht. Da kriegst du die neuesten Infos zu den Bands und die besten Live-Szenen. Und eine Menge Leute antworten dann und schreiben ihre eigene Meinung dazu. Echt professionell. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Lies jetzt die Aufgaben 9 und 10. Also das nächste Mal suche ich mir die Projektgruppe nach den anderen Teilnehmern aus. Nicht nach dem Thema. Wenn man das vorher immer wüsste. Schließlich musste man ja nicht einmal etwas vorbereiten. Sondern nur mit Spaß dabei sein. Aber das wollten sie wohl nicht. Stimmt. Deswegen verstehe ich noch weniger, worum die anderen überhaupt in unserer Gruppe waren. Da hätten sie lieber zu Hause bleiben sollen. Und wegen ihnen ist jetzt aus unserem Projekt nichts geworden. Ende Teil 1 Hören Teil 2 Du hörst im Radio ein Interview mit einer Persönlichkeit aus der Welt der Kunst. Du hörst den Text zweimal. Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lies jetzt die Aufgaben 11 bis 16. Dazu hast du 90 Sekunden Zeit. Ich habe es hier angefangen. Ich habe es jetzt mit der Zukunft auf alle anderen Teilnehmern. Er ist dir, ich bin ich mal in der Zukunft. Das ist ja selbst gut und ich habe das gehört. Und dann werde ich damit auch erst mal erfragen. Und dann würde ich jetzt die Aufmerksamkeit haben. Und dann bin ich mal in der Mitte Seite. Und dann bin ich jetzt ein bisschen Second tryin Allah drauf. Und dann habe ich auch. Und dann können die mich das zweite Mal. Und dann machen das nächste Mal einfach mal. Und dann bin ich nach mir. Vielen Dank. Vielen Dank. Für viele junge Leute hast du einen Traumberuf. Wie wird man denn Schauspielerin? Tja, es gibt da natürlich viele Wege. Ich habe den klassischen Weg über eine Schauspielschule gewählt. Es war unheimlich schwer, einen Studienplatz zu bekommen, denn von den über 1000 Bewerbern aus meinem Jahrgang wurden nur 12 angenommen. Und wo wird dann entschieden, wer Schauspieler wird und wer nicht? Also, das passiert beim Vorsprechen, bei der zentralen Bühnen- und Fernsehvermittlung. Das ist quasi das Arbeitsamt für Schauspieler. Hier spricht man seine über Wochen und Monate einstudierten Rollen auf einer Bühne vor. Im Publikum sind Produzenten, Agenten und Regisseure, die sich nach jungen Nachwuchsschauspielern umschauen. Warum wolltest du früher eigentlich nicht zum Theater? Puh, ich dachte damals, das Theater engt mich zu sehr ein. Also, das Theater ist wie eine Fabrik. Du musst erst mal mit den Leuten arbeiten, für die du eingeteilt wirst und einfach alles spielen. Selbst kannst du anfangs wenig entscheiden. Ich wollte frei sein und hatte das Gefühl, das Theater sei altmodisch und verstaubt und einfach nicht der richtige Weg für mich. Doch jetzt weiß ich, es gibt am Theater auch ganz viele tolle Sachen. Was ist der Vorteil des Theaters gegenüber einer Rolle beim Film? Ja, nun, beim Theater hat man Zeit. Es ist toll, dass man wochenlang gemeinsam proben kann. Ich beschäftige mich gerne über viele Wochen mit einem Stoff und spreche darüber mit den Kollegen. Hinzu kommen die Nähe zum Publikum und die Vorstellung auf der Bühne. Das ist eine ganz andere Erfahrung, als vor der Kamera zu stehen. Beim Film schätze ich die Schnelligkeit und die Disziplin, mit der ein Projekt abgedreht werden muss. Wie kommst du an deine Rollen? Wie die meisten Schauspieler habe ich eine Agentur, über die die Rollenanfragen laufen. Natürlich kann man auch auf Partys gehen, in der Hoffnung, Aufmerksamkeit zu erwecken und wichtige Leute kennenzulernen. Das liegt mir aber nicht. Man muss einen starken Glauben haben und sicher sein, dass die Schauspielerei genau das ist, was man machen will. Was machst du in der Zeit zwischen den Engagements? Wenn ich nicht Theater spiele, dann versuche ich mich weiterzubilden, treibe viel Sport, um mich fit zu halten und habe endlich Zeit, meine Freunde zu treffen und jede Menge Dinge zu tun, die einfach Spaß machen und nicht mit meinem Beruf als Schauspielerin zusammenhängen. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Ende Teil 2 Wir hoffen, dass ihr erfolgreich wart und möglichst viele Aufgaben richtig gelöst habt. Wenn ihr weitere Videos zu Goethe B2 schauen wollt, dann schaut euch die Playliste an. Von uns war es das dann wieder und wir verabschieden uns von euch wie immer mit einem Tschüss, Servus, Baba, Uff wieder Lurge, macht's gut, euer Deutsch Global Team Bis zum nächsten Mal.